Hallo Leute, ich bin Snowdrop von dem Kanal My Little Pony Snowdrop und irgendwas ist mit meiner Stimme los. Also, was ich sagen wollte, genau, ich wollte euch heute was sagen. Das ist super schön, wisst ihr auch warum? Weil, also ich will es in diesem Video nur ganz kurz machen. 40 Abonnenten, 40, äh 50, mehr nicht. Also, im Moment hat dieser Kanal 48 Abonnenten. Und bald haben wir 50. Ja, also Leute, bitte teilt dieses Video mit euren Freunden, oder so. Oder bitte abonniert mich, wenn ihr dieses Video sieht. Bitte, 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 bitte. Ähm, dann kommt noch ein 50 Abonnenten-Special und 50 ist die Hälfte von 100 und das ist sehr viel. Für die meisten ist es bestimmt wenig. Für mich ist es aber viel. Halt, bitte, abonniert mich, bitte, bitte, bitte. Ich zwinge euch nicht, aber bitte. Ich glaube im Moment, ja, sind es 48 und in diesem Video wollte ich das nur ganz kurz machen. Und ja, sonst erwähne ich das nie. Aber wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es liken. Habt aber keinen Grund zu liken. Da ich ja nur was gesagt habe. Ähm, ja, 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 ja. Ähm, wie soll ich sagen? Ähm, ihr könnt auch einen Kommentar schreiben oder das Video mit euren Freunden teilen. Bitte teilt das bitte. Und den Kanal abonnieren. Und ja, und Leute, damit ihr wisst, ich kann jetzt auch liken. Live-Streams machen. Ich hatte bisher noch nie einen Live-Stream gemacht. Aber jetzt kann ich das. Ich kann endlich streamen. Also, ähm, ja. Äh. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüss. .